Warum kann man die Pilze eigentlich nicht so essen? Kriegt man da halos, oder? Keine Ahnung Ach, warte mal Abstand nicht da lassen Wuhuuu Das... Plemento Crystal Chest Upgrade Upgrade Midian und Glas ausmachen Hat das denn losgekommen? Nice Heteroschaunen Eisen Eisen So Oranium Nice Kupfer 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 Ken Steyr verkauft Bei sich im Geschäft mitgenommen Mhmm Und dann Das ich halt nie aufgefallen Der musste schon ewig Also für das was er da anscheinend verkauft hat Und alles Was er das ewig gemacht habe Und dann ist das irgendwann aufgefallen Und so ein Geschäftskollege von ihm ist halt ihm hinterher gefahren Und hat halt geguckt Was halt Was der da mitmacht Und dann Ich halt irgendwo in den Hinterhof reingefahren Und dann hat er halt Polizei für irgendwas hier halt Angerufen und so Mhmm Und dann haben die dann halt hoch gehen lassen Ich auch rausgeflogen vom Geschäft ist ja klar Ja klar Und die haben dann dann noch Also da hat er keinen Führerschein Und nix Der ist Der hat ewig lang dort gearbeitet Glaub Sechs Jahre oder so nicht jeden Tag mitm Auto kommen Und hat er nie einen Führerschein Das ist krass Ja Also Ich muss ihn hier im Ofen bauen Ahja Bauen Electric Jetpack Bucket Bucket Ohhhh Ein Workbench Ach ich habe nicht genügend Kabel Ach, komm wirklich. Zombies. So, dann Pole rein. Das Eisen rein. So. Noch mehr Eisen. Ich hab doch ein bisschen Cobblestone mitnehmen sollen. Schon mal ganz geschickt. Ja. Allerdings. Irgendwo hochzubauen oder so. Ja. Oder Wasser hier abzuleiten oder so. Mhm. Warte. Jetzt muss ich mal hier hoch. Mach mal die ganze Quelle hier dicht. Steinspielzacke. Komm ich denn da raus. Tag. Ah. Okay. Das geht jetzt nicht. Ich hab meinen ersten statischen Joule gebaut. Yay. Nice. Was kannst du damit jetzt machen? Ähm. Ich kann mich zum Beispiel ein Jetpack aufladen. Ah, okay. Aber langsam dann. Ja, klar. Ich glaub. Ähm. Ich schau mal. Ich schau mal ganz kurz. Und zwar. Eine Elektro-Unit pro 5 Blocks, die man gelaufen ist. Okay. Keine Ahnung, wie viel das sind. Ähm. Wenig, wenn man überlegt, dass in ein Elektro-Jetpack 30.000 reinpassen. Okay. Gut. Und man kann, wenn man einen Solarhelm hat, kann man mit einem Elektro-Jetpack einen halben Tag lang fliegen. Okay. Dann voll bis leer. Also wenn man den ganzen Tag fliegen würde. Mhm. Also vier Minuten kann man fliegen. Das ist ein halber Tag. Okay. So. Nehmen wir ihn wieder mit. Okay. Ach halt. Lass mal stehen. Ähm. Wie hieß unser Hund nochmal? Bernhard? Ne. Doch Bernhard. Bernhard. Okay. Ganz schön wild der Kleine. Ah jo. Ach ne Truhe könnte ich ja auch gleich hinbauen. Kann ich hier nämlich so richtiges Zeug rein tun, wo ich nicht verlieren will durch'n Creeper. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Markiere dir die Truhe. Hab ich das? Ja ja. Ja ja. Das hab ich schon. Okay. Das vergisst man gern mal. Ja. So. Wegpunkt. Schneise. Geh ich mal ein nach Richtung. Versicherung überprüfen. Ach so. Watt. Das muss ich grad kurz gucken. Mhm. Ach so. Ach so. Ja. Gut so. Die Sicherung regt mich ein bisschen auf. Ich nehm mir das immer ein bisschen vor so mal eine Sicherung durchlaufe zu machen. Aber. Irgendwie wird es nix. Wenn du es eigentlich mal machen sollte. So. Die ist irgendwo runde. Von wo? Die Hure. Gerade für hier wär jetzt die. Das Jetpack extrem. Genial. Ich bin. Ich bin. Wo hier? Ich bin bei der Schneise wo ich da bin. Ach so. Moment einmal noch irgendwo. Einmal. Ja. Da ist ein Ding. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Werkzeugding noch. Da wo du es reingemacht hast. Sehr nice. Was haben wir denn hier? Schönes blaues. Was ist das? Saphire. Nice. Ah. 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 Ich glaube hier war der Matze. Hier war er nicht. What? Nein, nein. Da haben wir schon einen Topaz oder wie das heißt. Nein, nein. Nice. Voll viel Kupfer ist hier auch. Noch mehr Oranium. Erstmal ausleuchten. Ja. Machst du es auch immer erst ausleuchten dann? Ja. Mach ich auch immer. Ja. Ich bin wenns dann wohl einig. Ja. Wenigstens einer Sache. Ja. Ausnahmsweise mal. Ja. Ah. Ja. Ja. Das ist Oranium. Yep. Vielen Dank.